Also ich habe auch im Rückraum begonnen, bin dann am Kreis gegangen. Also das ist so ein bisschen die, für die das nicht kennen, so eher die Rugby-Position im Handball, also wo es eigentlich 60 Minuten, wie man so schön sagt, auf die Fresse gibt. Conny war eh auf außen und hat so ein bisschen, ja, hat die Lohrbein. Ich habe die 7 Meter rausgeholt und er hat sie hingestellt, hat sie reingehauen. Aber ja, so läuft es. Man muss halt wissen, wo man hingehört. Aber mir hat das Spaß gemacht und ich war immer gern dort mittendrin, wo es auch zur Sache gegangen ist.